Hallo und herzlich willkommen zurück zu Haha, Dead by Dead Light und mal gucken, ob wir ja schon vorher dead sind. Ja, wir schauen mal. Okay, der erste Generator ist da vorne, den nehmen wir auch direkt. Gehen wir aus dem Weg hier, Bitch. Dann machen wir dat. So, hier, ran an den Speck. Mann. Weh, du baust Scheiße, ey. Weh, ich baue Scheiße. Alles gut. Konzentration. Bam. Bullocka, Baby. Ach, scheiß Krähen. Bisschen hier runter. Äh, ein bisschen Sneaky-Wiki-like. Okay. Das hier war also abgelenkt. Oh. Okay, den machen wir schnell zusammen, wa? Wunderbar. Gut. Läuft. Yeah. Okay. Der hängt zwar noch. Äh, wird, wird der gerettet? Sind die so nett? Vielleicht. Ich kümmere mich jetzt mal nicht drum, weil irgendwer muss ja die Generatoren hier anmachen. So, der nächste Generator wäre... Gucken wir mal ganz kurz um. Äh, ich sehe gerade keinen. Ich gehe mal ums Haus rum. Gucken wir mal da. Ob wir da was finden. Okay. Oh. Falle. Das ist nicht so gut. Ach, Leute. Ihr macht Sachen. Ihr müsst doch vor die Fallen entschärfen, ihr Helden. Ach, nee. Naja. So, der läuft. Äh, ist hier noch irgendwo einer? Och, Leute. Er hängt wieder. Ist er jetzt down oder hat der Bruder geheilt? Ich glaube... Ja. Er ist down. Ähm. So, hier ist keiner. Mein Gott, wo sind denn die alle? Die Generatoren. Alter. Er ist blind. Er ist blind. Gott sei Dank. Mist, der hat mich gesehen. Lauf, Bitch. Lauf. Er ist blind. Er ist blind. Er ist blind. Er ist blind. Holy moly. Holy moly. Holy moly. Oh Gott. Schnell weg hier. Alter Vater, ey. Puh. So gut ausgewichen bin ich noch nie, ey. Doch, letztes Mal vielleicht. Aber, ja. Da habe ich nicht überlebt. Das war nicht so gut. Von daher. Okay, also weitere Generatoren. Drei fehlen noch. Einer ist bereits down. Das ist nicht so gut. Und da ist einer. Wo sind eigentlich meine Kompadres? Okay, keine Falle. Gut. Dann mache ich ihn halt alleine. Vielleicht kriegen wir noch die drei fertig. Wenn die... Natürlich. Kommt er oder kommt er nicht? Vielleicht sieht er mich ja nicht. Er sieht mich! Nein! Ach, als ob, ey. Komm. Jetzt kannst du da Mona erzählen. Ich will nicht schon wieder sterben. Ich gehe mal Richtung der anderen vielleicht. Warte mal. Ist da nicht ein Haus? Kann man hier nicht irgendwie ein bisschen durchjumpen? Oder so? Wo sind die ganzen Barrikaden-Dinger, ey? Toll! Nichts mehr ist da. Nichts mehr! Super gemacht, Spiel. Super gemacht. Mano. Ich brauche erst mal einen Schluck Cola hier. Prost, Freunde. Ach ja, brügeln. Verdammt! Hätte eh nicht gereicht. Vielleicht sind sie ja nett. Wer weiß, wer weiß. Wir gucken mal. Wo ist denn der zweite? Da sind sie beide. Okidoki. Kämmt er? Er kämmt bis jetzt. Hat keine Falle gelegt. Er sucht die Leute auf jeden Fall. Okay. Okay, ich muss mich gleich wehren. Definitiv. Vielleicht kommt ja noch jemand, weil die da links, die versucht es auf jeden Fall. Gleich ist es soweit. Komm schon, du kannst es schaffen. Wir kämpfen, wir kämpfen, wir kämpfen. Wir kämpfen so gut wir können. Komm schon, beeil dich! Ich spülle dich an! Oh, komm schon. Ich will nicht schon wieder drauf gehen. Verdammte Scheiße. Dieses Spiel ist kacke. Ach man, das schaffe ich doch niemals. Er ist vorher verblutig. Ach, halt auf. Lässt du das mal fein sein hier? Ich glaube, takt. Komm schon. Jetzt, 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 jetzt. Ja, ja, ja. Du kannst es schaffen, du kannst es schaffen, du kannst es schaffen. Ja, ja, ja. Yes! Yes! Nein! Och Mann! Scheiße. Das hat gar nichts gebracht. Naja, ich habe mich gewehrt. Und wir wiggeln noch mal ein bisschen. Wenn wir eigentlich Punkte. Ich glaube nicht. Verdammt, Scheiße. Naja, wir haben uns gut gewehrt. Hat trotzdem mal wieder nicht gereicht. Vielleicht schaffen es ja dann ja noch raus. Das wäre zumindest ganz nett. Für die. Nun denn? Was haben wir denn für Punkte? Wahrscheinlich, weil wir nicht annähernd genug. Aber das kennen wir ja inzwischen. Was anderes sind wir nicht gewohnt. Jawohl. Gucke ich das an. Ist das nicht wunderschön? Es ist... Oh Gott, das ist furchtbar. Ja. Können wir jetzt mal ein bisschen upgraden? Ja, können wir. Juhu. Wir können upgraden. Wir kriegen ein neues Perk. Das ist gut. Und zwar das hier. Kasem. Wurde die restlichen eigentlich auch freischalten, damit man hier Level abkommt. Ja, ne? Also noch 9000 Punkte. Okay. Dann haben wir ein neues Perk. Neues Perk. Dunkle Wahrnehmung. Finde ich ganz gut, dass wir die Tour mal equippen. Vielleicht hilft es uns ja irgendwie. Wenn wir überleben sollten, bis die Tour rauf geht. Ach. Warum ist es eigentlich noch in so einem Ausrufezeichen? Ich weiß es gar nicht. Jetzt ist es weg. Hä? Habe ich das nicht drin? Das habe ich doch drin, oder nicht? Ah. Okay. Kann ich noch eins nehmen? Ne, ne? Der Rest ist rausgegraut. Okay. Opfergabe. Ne, brauchen wir nicht. Wir sollten vielleicht noch machen, weil... Wozu sonst? Ne? Okay. Äh, ja. Wie viel habe ich gesagt? 9000, ne? Wir haben noch 2000... Blöd. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir sind in der nächsten Folge wieder. Wenn es hoffentlich endlich mal ein bisschen besser läuft als die letzten Folgen. Und ich würde sagen, ja, bis dahin. Ciao, ciao. Musik Abstabbie. Muniz out. Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF, 2020